Das ist nicht der Rasenmäher, das ist das Flugzeug. Das hätten die anderen genauso machen sollen. Der weiß, was sich hier hört. Ja, aber auch nicht immer. Dieses Jahr in Landiviso, die haben ja nichts gemacht. Sie müssen ziemlich bescheiden gewesen sein. Einzige, was gut war, war, du kriegst einen Fresssack und so eine Tüte mit T-Shirt, Warnweste und Badge und so weiter. Was? In Saragossa? Ja, das sag ich ja. Nein, 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 das letzte Mal. Vor fünf Jahren war ich. Vor fünf Jahren war ich. Was? מ